Tja, kann man sowohl im Lebenslauf als auch im Anschreiben den Ausdruck Sabbatical oder Work and Travel für einen Zeitraum von circa vier Monaten benutzen? Und das Lustige ist, ich habe diese Fragen heute Morgen vorbereitet und jetzt gerade direkt vor dem Q&A war ein Kunde hier bei mir zum persönlichen Coaching und hat tatsächlich dieselbe Frage gestellt. Und da wusste ich dann auch, ja, das wird wieder einige interessieren. Also, schauen wir rein. Ende letzten Jahres habe ich meinen Job gekündigt, ohne etwas Neues zu haben und bin in der Zeit durch die Gegend gereist, auch um mich eventuell beruflich neu zu orientieren. Wie formuliere ich das jetzt am besten, beziehungsweise stelle das plausibel dar, ohne dass es zu viele Fragen aufwirft? Und vielleicht klingeln bei euch jetzt schon ein paar Glocken und ihr erkennt was wieder. Da ist nämlich wieder der Hammer. Da ist ein schlechtes Gewissen im Hintergrund, das jetzt schon dafür sorgt, ah, das werde ich der Firma erklären müssen. Und die werden bestimmt ganz viele fiese Fragen dazu haben. Das wisst ihr aber noch gar nicht. Denn es gibt zum Beispiel die Chance, dass der Personaler, der da mit euch spricht, das selber in seinem Leben auch schon mal gemacht hat. Und dann würde er das sofort verstehen. Aber gucken wir mal nach dem, was du ganz konkret gefragt hast. Nämlich, wenn du da jetzt so eine Auszeit hattest, kann man die Work and Travel nennen. Und Work and Travel ist natürlich jetzt keine festgelegte und geschützte Definition, aber es ist schon so im allgemeinen Sprachgebrauch ist Work and Travel eine ganz bestimmte Sache. Das sind nämlich, sagen wir mal, jüngere Menschen, so bis 30 Jahre, die für ein halbes oder ein ganzes Jahr ans andere Ende der Welt gehen und sich dort ohne Plan und ohne Geld durchschlagen, sich Jobs suchen und dabei ja halt einmal Praxiserfahrung sammeln, Sprache lernen. Aber vor allem auch, ich würde das unter Persönlichkeitsentwicklung zusammenfassen. Also die da lernen, für sich einzustehen, für sich zu arbeiten. Deswegen, bei vier Monaten und du hast geschrieben, ich bin durch die Gegend gereist, weiß ich nicht, ob das wirklich Work and Travel war. Ob du wirklich weit weg warst, auf dich allein gestellt und du dir dort dein Geld verdient hast zum Leben. Das würde die Firma nämlich erwarten, wenn du Work and Travel schreibst. Wenn es das nicht war, würde ich es nicht schreiben. Die andere Möglichkeit, die du genannt hattest, war das Sabbatical. Und das ist genau das, was mich mein Kunde vorhin gefragt hat. Und Sabbatical hat wiederum eine sehr genaue Definition. Ein Sabbatical ist nämlich ein nicht bezahlter Sonderurlaub. Das heißt, wer in einem Sabbatical ist, der hat noch einen Vertrag mit einer Firma. Der kann nämlich danach in die Firma zurückkehren. Der Vertrag ist nur pausiert. Oder sagen wir eher, nein, der Vertrag ist nicht pausiert, aber das Gehalt wird pausiert. Aber man ist weiterhin bei dieser Firma angestellt. Und aus dem, was ich bei dir rausgelesen habe, glaube ich, dass das da auch nicht zutrifft. Von daher könntest du es tatsächlich auch legalerweise nicht Sabbatical nennen. Da würde man auch sich was anderes darunter vorstellen. Das heißt, bei dir könnte es tatsächlich passieren, dass du da gar nichts hinschreibst. Wenn das jetzt zum Beispiel gerade bis zum Jahresende gewesen wäre, dann sind ja gerade mal drei Monate rum. Und das wisst ihr, das haben wir schon öfter besprochen, alles bis drei Monate ist keine Lücke. Das muss man nicht verargumentieren. So, in ein paar Wochen haben wir April. Ach Gott, nächste Woche haben wir April. Da sind es dann schon vier Monate. Und da müsste man dann halt gucken, daran erinnert ihr euch vielleicht noch aus dem Webinar, wenn die Lücken größer werden, dann muss man halt gucken, wie sieht mein Lebenslauf ansonsten aus. Sind da viele Lücken drin, sind da viele Wechsel drin, dann würde ich lieber früher anfangen, arbeitssuchend hinzuschreiben. Oder sieht er ansonsten eigentlich ganz gerade und ganz klar aus und ist lückenlos, dann kann man auch mal vier oder fünf Monate so stehen lassen. So richtig schlimm ist das gar nicht. Denn ganz ehrlich, eigentlich bei jedem Menschen entsteht irgendwann der Wunsch, mal sich eine Auszeit zu nehmen, auszubrechen, durchzuatmen, zu leben. Und Firmen stellen lieber Leute ein, die das schon gemacht haben, als Leute, die diesen Wunsch noch haben und das dann vielleicht später auf deren Kosten machen. Von daher Mut zur Wahrheit und gar nicht versuchen, dem einen schöneren Namen als unbedingt notwendig zu geben.